Es ist mal wieder soweit die 52. 52. Ausgabe von Megafon95, der Fortuna-Fancast. Ich bin der Mo, euer Wampendribbler und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe. In der heutigen Folge sprechen wir über so ein paar Keymarks, wie wichtig ist Oliver Fink, gibt es mögliche Abgänge im Winter, gibt es Spieler, über die wir jetzt mal sprechen müssen, so ein bisschen vorgezogenes Winterfazit. Natürlich sprechen wir auch über die Partien gegen Mainz, die so ein bisschen unglücklich war und natürlich auch über das letzte Spiel in Bremen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mit mir dabei einen Geranten der regionalen Kreisliga-Szene, nämlich den legendären Torwart Michael aka Schwerensky8. Ja, ein dreifaches Good Kick in die Runde. Ja, oder wie ein weiser Mann einst sagte, ich höre Megafon95, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ihr findet uns natürlich in jedem Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram, findet ihr uns. Ihr findet uns auch in jedem Podcatcher. Empfiehlt uns gerne weiter, teilt uns, liked uns, liebt uns. So, wir haben natürlich auch eine Gruppe, Megafon95. Dort könnt ihr auch gerne Ideen, Anregungen, Feedback schreiben oder mit uns diskutieren. Ihr könnt uns auch gerne mal eure Meinung per Audio-File schicken, wenn ihr wollt. Das könnt ihr machen an projektmegafonpodcast.gmail.com. Die würden wir dann so, wenn die so ungefähr 30 Sekunden lang sind, dann auch mal in den nächsten Wochen mal abspielen. Genauso wie eure 5-Stelle-Edition bei iTunes. Die würde uns auch sehr helfen, wenn ihr die da lassen würdet. Und die werden wir natürlich dann auch vorlesen. Und wenn ihr da vielleicht auch eine Frage drin stellt, gehen wir auch näher darauf ein. Links zu allem Kram, was ich gerade aufgezählt habe, findet ihr unten in der Beschreibung. So, jetzt habe ich den ganzen Kram mal abgerissen. Jetzt gibt es natürlich so ein paar kleine News, die wir einfach mal vorweg schieben, weil es einfach schönes Zeug ist. Das Torniturik-Sondertrikot, davon werden wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Das Trikot soll dann am 27. Januar gegen Leipzig getragen werden. Praktisch das erste Spiel im neuen Jahr. Und ja, Michael, freust du dich auf das Trikot? Hast du es schon vorbestellt? Vorbestellt habe ich es nicht. Ich habe da nicht das Geld für. Ich sage mal so, ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir das Traditionstrikot ausgerechnet gegen Leipzig tragen. Wir hätten es ja auch gegen Freiburg oder Dortmund oder Hannover tragen können. Ja, da siehst du mal, dass das halt keine reine Promotion ist jetzt hier mal eben vor Weihnachten rausgeknallt. Obwohl, das wird wahrscheinlich wie das letztjährige Trikot um Weihnachten noch sowieso schon ausverkauft sein. Wenn man es dann nicht noch in die zweite Auflage bringt. Ich finde, es ist auf jeden Fall gelungen. Es ist traditionell. In den letzten Wochen trainierte auch der U17-Torwart Gorka teilweise mit der ersten Mannschaft. Michael, ist es Talentförderung oder stockt der Elf nur das Training auf, damit Tyson und Rennsing da nicht so alleine rumhocken? Weil halt Wiesner und Wolf, weil beide halt noch verletzt sind. Und ja, ich war nur verwundert, dass die dann halt den B-Jugend-Torwart mit der ersten mittrainieren lassen. Die hätten, würden den jetzt nicht vorziehen vor den A-Jugend-Torhütern, wenn sie nicht irgendwie was Besseres in dem sehen würden. Wäre meine Vermutung. Deswegen glaube ich schon, dass es auch ein bisschen Talentförderung sein soll und nicht nur Aufstockung. Du hast eben Wolf und Wiesner angesprochen, die schon so ein bisschen Aufbautraining betreiben. Natürlich Contento, Lovren, Barkok. Die trainieren auch wieder individuell. Da wird auf jeden Fall wahrscheinlich die Rückrunde oder das neue Jahr anvisiert werden, um die zurückzubringen. Meinst du, die können der Fortuna aktuell weiterhelfen nach den letzten Ergebnissen? Vor allem Barkok und Contento? Ja, Contento weiß ich nicht. Dafür spielt der Gießelmann eigentlich zu souverän. Wenn Barkok, sage ich mal, fit wird und dann seine Leistung, wie er sie in Frankfurt gebracht hat, auf den Platz kriegt, dann kann er auf jeden Fall vorne für ein bisschen Wirbel sorgen. Ja, Lovren sehe ich eigentlich auch noch als möglichen Kandidaten ein bisschen. Obwohl ich glaube, dass Lovren eher so die Joker-Spielerrolle haben wird und darüber nicht mehr hinauskommt in dieser Saison. Ja, wäre schon gut, wenn Wolf, Lovren, Contento und Barkok zurückkommen. Wir werden nachher noch darüber sprechen, wie und ob die Mannschaft sich im Winter verändern könnte. Was haben wir denn noch auf der Agenda? Die Mannschaft wurde Düsseldorfer des Jahres. Fortuna erwirtschaftet in diesem Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,6 Millionen. Das Vereinsvermögen beträgt 4,8 Millionen. Da ist natürlich nicht alles mit reingerechnet. Das ist so die reine Summe. Das kann ich so als Wirtschaftler kann ich das sagen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Mut macht für die nächste Saison. Egal, ob man jetzt in der 2. Liga landen wird oder ob man in der Bundesliga bleibt. Man hat auf jeden Fall ein positives Ergebnis erzielt und man kann wirtschaftlich freier agieren. Ja, auf jeden Fall gewinnen ist immer gut. Und das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum Fortuna eigentlich aufsteigen wollte. Weil man dann ein bisschen Kohle sammeln kann und wenn es dann halt diese Saison nicht reicht und man wieder absteigt, dass man dann auf jeden Fall trotzdem mehr Kohle hat, die man dann aufbauen kann, um dann in 2 Jahren einen neuen Versuch zu starten oder halt dann den Kader so aufzubauen, dass man nächste Saison dann nicht nur kompletter Außenseiter in der 1. Liga sein sollte. Und wem haben wir das zu verdanken? Lukas Podolski. Denn sein Gesicht ist jetzt in der Arena vertreten, weil der, glaube ich, für, ich sage jetzt nicht den Namen des Produktes und auch nicht unseren Sponsor der Arena, aber er macht für die Werbung und deswegen zieht sein hübsches Gesicht die Werbeparkate. Ich finde es an sich gar nicht so schlimm. Ich habe aber von Leuten gehört, die jetzt komplett ausrasten, weil es halt ein Urkölner ist, dass der in der Arena hängt und das ist ja überhaupt nicht, wo ich mir auch denke, ey, das ist ein Nationalspieler, das ist ein super Fußballer. Also ich mag ihn ja. Das einzige Negative, was er halt hat, sage ich mal, ist, dass er aus Köln ist, was mir eigentlich im Prinzip dann auch scheißegal ist. Aber das ist halt ein gestandener Nationalspieler gewesen und deswegen für mich ist es jetzt keine Hexenjagd, dass der in der Arena ist und der 1. FC Köln uns infiltrieren will und wir alle jetzt verbrennen werden, weil Hennes uns nachts ersticht. Das Einzige, was ich halt nicht gebraucht hätte, war halt sein Kommentar dazu. Er hat ja recht, dass Köln wahrscheinlich aufsteigen wird und wenn Fortuna gegen Köln spielen wird, muss Fortuna die Klasse halten, wo ich mir auch denke, es ist ja wahr. Also deswegen, ja, ich weiß nicht, aber ich habe halt auch nicht so diesen Hass Köln gegenüber. Vielleicht finde ich es deswegen nicht ganz so schlimm. Und weil ich zum Beispiel, ich mag Mannschaften wie Heidenheim und Berlin, finde ich viel schlimmer als Köln und Gladbach. Aber, ja, das ist dann persönliche Meinung von mir. Dann kommen wir mal langsam zu den Spielen. Erstmal danke, Zoom-Politikon. Entschuldige, dass wir jetzt nicht auf deine Kommentare eingehen, aber das ist jetzt schon knapp zwei Wochen her. Und so richtig ein bisschen an Aktualität hat das leider verloren. Danke an alle, die uns Woche für Woche hören. Ich möchte jetzt hier mal so einen kleinen Appell starten an Feedback. Schreiben uns da gerne an projektmegaphonpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns auch gerne mal antwittern. Dann sprechen wir über das Spiel in Mainz. Und wir kommen natürlich aus so einer Euphorie. Wir kommen mit einem Sieg, unentschieden gegen die Bayern, breite Brust. Mainz kommt zu uns nach Hause. Wir haben so ein Gefühl von einer Entastbarkeit. Obwohl wir unten rumdümpeln, hast du halt plötzlich positive Gefühle, breite Schultern, du hast Bock. Die Fans sind glücklich. Und am Ende des Tages gehen halt alle irgendwie mit so einem Knick nach Hause, weil die Mainzer halt 1-0 gewinnen oder 0-1 gewinnen. Und das Tor passiert halt durch, ja, durch Matheta. Der landet irgendwie halb links alleine. Der hat irgendwie den Wormut stehen lassen. Ja, das ist halt ärgerlich, weil das war meiner Meinung nach, hat Fortuna Mainz komplett an die Wand gespielt. Also mit den, was für Kombinationen Fortuna da auf einmal rausgehauen hat. Und was für Torschonsen, die sich herausgespielt haben. So nicht nur langer Ball auf Luke Bakio und der macht das Ding rein, sondern wirklich schön durchkombiniert. Und das war einfach schön zu sehen. Aber das ist dann halt, Torhüter mit Z liegen uns nicht, ne? Nach Zieler. Und jetzt der Zentner. Dann hat Mainz halt einen guten Torwart mit Zieler, äh, mit Zentner. Und Fortuna hat halt nur einen durchschnittlichen Torwart. Und der Zentner hält alles. Und Rensing hält einen Ball, den man zu 50% eigentlich haben muss, nicht. Und dann verliert man halt 1-0, obwohl man den Gegner komplett an die Wand gespielt hat. Ich hab jetzt mit einem Kunden aus Mainz gesprochen, äh, letzte Woche. Der meinte halt, der Zentner, der ist irgendwie deren 4. oder 5. Torwart gewesen. Da sind einige abgegangen und verletzt und gedönst. Und Mainz intern hat man den zumindest bis zu diesem Spiel halt immer sehr kritisch gesehen. Der hat die Saison schon einige Patzer gemacht, wirkte sehr unsicher. Aber gegen uns hat er sich irgendwie Motivation geholt. Viele Schüsse waren einfach zu einfach auf sein Tor. Und er konnte sich halt das Spiel wirklich Motivation und Sicherheit, eine breite Schulter halt irgendwie anfüttern. Das hat halt irgendwie der Rensing die Saison noch nicht gehabt. Dass er irgendwie ein Spiel hatte, wo er sich mit breiten Schultern aufbauen konnte. Gehen wir kurz nochmal in die Taktik. Fortuna spielte ohne Eihahn. Der fehlte noch ohne Trainingsrückstand. Handlingskampf insgesamt in die Partie. War so ein kleiner Wechsel. Man wollte mit zwei Stürmern das System der Mainzer kopieren. Das war man dann mit einem 4-3-3-Grundsystem. Das 4-4-2 spiegeln konnte. Wenn Hennings dann sich neben Dodi-Luke-Bakio gesetzt hat in der Vorwärtsbewegung. Und defensiv hat man sich halt zurückfallen lassen. Die gingen dann ins 5-3-2. Das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Tannenbaum. Wenn sich Bozek in der Defensivbewegung hat fallen lassen. Sodass wir dann mit fünf Defensiven gespielt haben. Also Bozek den zentralen Punkt in der Innenverteidigung inne hatte. Sodass man dann kürzere Wege hat in der Verteidigung. Und alles ein bisschen enger, ein bisschen dichter ist. So, kurz ein Spiel, 7-3-Minute. Fink macht dann auch die erste Ansage. Noch so ein bisschen Ping-Pong. Schießt Oliver Fink in den super Ball. Kunde kann da leider klären. War so ein bisschen traurig. Im Gegenzug holt sich dann Bormut die gelbe Karte ab in der 44. Bormut wurde halt ausgedribbelt. Und hält dann Boetus. Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Der wäre halt durch gewesen. Und dann hält er den einfach fest. Und holt sich die gelbe Karte. Und denkt sich dann auch, ja, danke für die gelbe Karte. Und weiter geht's. Das kannte man, kenne ich eigentlich vom Bormut nicht. Dass der so clevere Sachen macht. Und deswegen wollte ich das nur erwähnen. Ja, der muss sich das aneignen. Weil er hat ja nicht die Quickness dazu. Die fehlt ihm. Das haben wir ja auch bei dem Gegend, bei dem 1-0-4-1 gesehen. Dass ihm da die Quickness, die Wirklichkeit einfach fehlt. Der ist ein riesiger Baum. Der kann die Bälle rausköpfen. Aber diese Schnelligkeit und Wirklichkeit fehlt ihm. Dann macht er in der 45. Rennsing eine klasse Parade. Irgendwie steht da einfach keine Mauer. Aber wie das kommt, keine Ahnung, will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Das 1-0 haben wir besprochen. Dann kommt natürlich Rahman für Luke Bakio. Und damit stellt man so ein bisschen um. Man geht nicht mehr dahin und spiegelt die. Sondern man versucht wirklich mit einem 4-3-3 offensiv zu spielen. Karaman kam dann für Fink. Ich habe immer so das Gefühl, dass der Zeit ist, dass der Fink immer raus ist, um ihn zu schonen. Oder weil Fink nicht mehr die Puste hat. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall, der Mann ist auch schon was älter. Und in der 80. kam dann halt Usami für Zimmer. Ist halt noch ein Offensiver rein, der einen guten Schuss hat. Kommen wir, bevor wir zu diesem Aufreger kommen. Das würde ich gerne ein eigenes Thema draus machen. Du hast hier ins Skript geschrieben, warum 4-3 Funkel in der 68. den besten Stürmer rausnimmt. Wo ist der Sinn? Ja, und zwar Fortuna kassiert das Gegentor. Und dann denkst du dir, okay, jetzt ändert Funkel was. Und nimmt dann halt Luke Bakio raus, der aktuell halt die meisten Fortuna-Tore geschossen hat. Der auch nicht komplett scheiße war in dem Spiel. Und macht dann halt einen 1-zu-1-Wechsel. Also Flügelstürmer für Flügelstürmer. Wo ich mir dann denke, ja, wenn du jetzt das 1-0 kassiert hast, dann musst du zwei Tore schießen noch. Weil ob du jetzt einen Punkt holst, ein Punkt gegen Mainz ist halt zu wenig, wenn du die Klasse halten willst. Und ob du dann 1-0 oder 3-0 verlierst, ist eh scheißegal. Weil ich denk mir so, du kannst nicht damit rechnen, dass du durch die Tordifferenz die Klasse hältst. Sondern du musst durch Punkte die Klasse halten. Weil dann, dass man dann nicht auf den Sieg geht. Oder dass man dann nur, ja, einen neuen Stürmer reinmacht. Ich hab's halt nicht verstanden, dass man dann nicht Luke Bakio noch drin lässt. Dann, sag ich mal, vielleicht den Zimmer rausnimmt. Oder noch einen Defensiven rausnimmt. Und dafür halt noch Rahman dazu. Dass man dann vorne schön Hennings, Luke Bakio und Rahman drin hat. Dass man dann noch ein bisschen Power machen kann. Und vielleicht noch ein oder sogar zwei Tore schießen kann. Und wenn's halt nicht klappt und man dann Gegentor kassiert, ja dann egal. Aber man hat wenigstens mal was versucht. Und ich hab das Gefühl, dass man nicht alles versucht, um zu gewinnen. Sondern nur, ja, das wird eh nichts mehr. Wir versuchen nicht mehr ganz hoch zu verlieren. Ich hab halt das Gefühl gehabt, es war speziell in der ersten Halbzeit der Fall, Luke Bakio hat viel versucht. Die haben den auch oft gesucht. Aber irgendwie fehlte der Platz. Aber auch, sein Spürsinn will ich nicht sagen, aber er traf auf die falschen Entscheidungen. Spielte komische Pässe in die Mitte, wenn er aufs Tor schießen musste. Schoss aufs Tor, wenn er doch den besser praktizierten Mitspieler hätte anspielen können. Und weil das der Wechsel, ja, ist ja auch nach der Halbzeit recht früh. In der 70. knapp. Denk ich, dass er einfach da taktisch was ändern wollte. Und einfach den Gegner ein bisschen verwirren möchte. Ein bisschen möchte, dass der Gegner sich anders konzentriert, anders ordnet. Ordnet und dann vielleicht eine Lücke zu finden. Ich wusste gar nicht, dass Kaminski so gute Pässe spielen kann. Ich hatte irgendwie da das nicht auf dem Schirm. Ich hatte irgendwie immer auf dem Schirm, okay, der ist groß, der ist kräftig, der kann da gut rausköpfen. Der ist auch zweikampfstark. Der kann auch den Ball abfangen. Aber dass er so Pässe spielen kann und praktisch das macht, was der Eihahn sonst macht, das bin ich sehr verblüfft. Und ja, Ecken waren wie immer recht harmlos. Aber spielerisch war das schon sehr, sehr gut. Micha, jetzt hau kurz dein Fazit raus, bevor wir über die Entscheidungsfindung der gelben Karte in der 87. 0 zu sprechen. Mein Fazit zum Spiel ist, es ist einfach ärgerlich, so ein Spiel, das man komplett dominiert, dann verliert. Aber das war ja eigentlich im Prinzip klar, dass man, wenn man gegen Berlin und Bayern gut spielt, beziehungsweise noch nicht mal so überragend gespielt hat, wie jetzt gegen Mainz. Und dann kommt halt, sag ich mal, die kleineren Mainzer. Und die gewinnen dann komplett unverdient, wo der Trainer sogar auch gesagt hat, dass der keine Ahnung hat, warum die gewonnen haben, weil es komplett unverdient ist. Aber ja, ist halt typisch Fortuna eigentlich. Die haben halt in der richtigen Situation den Spieler gehabt mit der höheren individuellen Qualität und haben dann das Tor geschossen. Das ist uns nicht gelungen. Und Fortuna hat halt nicht den Torwart, der dann so ein Ding mal hält, sondern den dann halt kassiert. Und das war dann auch ärgerlich. Ich weiß, viele sprechen davon vom Torwart-Fehler. Aber wenn man sich das analistisch mal anguckt, dann gibt es eine Teilschule von Bormut. Der kann das einfach nicht verteidigen, weil er nicht die Klasse hat. Der Rensing macht dann die kurze Ecke zu und ist dann einfach nicht schnell genug wieder in der Mitte. Zwei halbe Fehler machen dann am Ende doch einen Fehler und ein Fehler in der Bundesliga scheint zumindest für uns zu bedeuten ein Gegentor. Fortuna des Spiels, auf jeden Fall Oliver Fink, 1000% Einsatz, geht in alle Zweikämpfe. Der war sehr giftig und sehr flexibel, defensiv wie offensiv. Da kann man wirklich sagen, er ist so ein bisschen der Anker, der wiederkommt. Ja, und da schließe ich mich deiner Meinung genau an und sage auch, Oliver Fink ist mein Fortuna des Spiels. Ja, unser Zuhörer Dennis, der hat gesagt, für ihn war Kaminski der Spieler des Spiels. Und ja, den haben wir auch, glaube ich, schon ausreichend gelobt in dieser Folge. So, wir kommen dann am Ende nochmal zu Oliver Fink so ein bisschen gesondert. Jetzt gab es noch diese gelbe Karte für Donati. Ja, war richtig. Passierte gut. Lasse Koslowski hat sich da Zeit gelassen und hat dann Donati da auch mit Gelb verwarnt. Also ich weiß nicht, warum du dich da so aufregst, aber du wolltest da so ein bisschen haten. Ja, weil Donati einfach eine Missgeburt ist. Nein, ohne Scheiß. Das ist so, das ist so diese Art Spieler, wo ich mir denke, was bist du für ein Spaß? So, der wird dann, man kennt das ja, wenn, da wird versucht, sich noch in die Schussbahn zu werfen, dann trifft man den leicht, aber er wurde halt nicht am Fuß berührt, so drauf gehalten, wie beim Gießelmann einmal, wo da komplett das Bein genäht werden musste. So, und dann tut er so, als hätte man ihm das Bein gebrochen und wendet sich 15 Mal und hier und da und das tut weh und dann kommt Bozek von ganz hinten und geht zum Donati hin, sagt wirklich ein, zwei Wörter und geht, auf einmal springt Donati auf und ach, Wunderheilung, mir geht's gut und bepöbelt den und so, wo du merkst, ja, der wollte nur Zeit schünden und dann, wo ich mir denke, ein bisschen Zeit schünden ist ja okay, aber dann so dieses komplett übertriebene, dann, das war's ja nicht nur, weil wenn's die Aktion gewesen wären, dann dachte ich mir, okay, du bist halt ein Spaß auf Zeitspiel aber dann war's dann auch dieses, ne, eine Aktie, wirklich eine Minute später, der Ball ist irgendwo im Mittelfeld, auf einmal schubst der den Fortuna-Spieler um, weil, weil der irgendwie einen halben Meter neben dem stand und schubst den einfach um. Das hätte Gelb-Rot geben müssen, da hast du recht, das gab's nicht, ähm, jetzt möchte ich aber, da kurz, jetzt möchte ich da weg und ins Bremen-Spiel, was unterscheidet diese Situation an Donati, weshalb sich alle Fortuna-Fans, die ich kenne, rüber aufgeregt haben, davon, was Doli Lukebacchio gemacht hat. Nein, mich regt ja nicht auf, dass der, dass der Donati da eine Schwalbe gemacht hat, sondern, dass er im Nachhinein Fortuna-Fans bepöbelt, andere Fortuna-Spieler umschubst und sich wie eine Missgeburt aufführt. Ja, Lukebacchio hat dann, das ist ja das, was ich gesagt hab, wenn der dann irgendwie angegangen wird und sich dann mal eben fallen lässt, ist ja okay, aber dann dieses, dieses auch noch alle bepöbeln und dann, äh, Schiri gibt dem eine gelbe und hier und dann alle beleidigen und dann noch Richtung Publikum noch pöbeln und irgendwie winken so nach dem Motto, ja, kommt doch her, ihr müsst gewinnen. Lukebacchio, der flog da schon, also bei dem Foul flog der schon ziemlich und lag dann da auch eine Zeit lang, äh, Ähm, als Fortuna dann wieder den Ball, den Ball gewann, also umschalten konnte, sprang er plötzlich wie so Donati das auf und, äh, war dann wieder fit. Das war dann auch, ähm, so ein bisschen, der ist ja auch unnötig. diskussionswürdig, Friedhelm Funk hat das auch im Nachhinein, äh, angesprochen, gesagt so, ja, das gehört nicht dazu. Ist ja auch alles egal, ähm, jetzt zieht sich die neu gestartete Niederlagenserie, äh, weiter. man verliert 3-1 gegen Bremen, man griff auf die Taktik zurück, die man gegen Bayern hatte, den 4-3-3-4-1-4-1-Wechsel, wo halt auch, äh, Bocek sich wieder viel nach hinten fallen ließ, nur machte man halt hier in diesem Spiel nicht wirklich den Tannenbaum, sondern Bocek presste so ein bisschen immer in die Räume rein, damit er den Ball versuchen konnte, abzufangen. So, chronologisch gestartet, 21. Minute, 1-0 für Bremen, ja, Möwald wie ein Pferd, knallt er den da, ich glaube, nach einer Ecke war es einfach aus 20 Metern, ähm, drauf, Bremer sind einfach zu schnell, die war eine Ecke, der Ball fliegt raus, Möwald ist nach vorne, der kommt aus dem Mittelfeld, schalten um, eigentlich neue Situation, und dann haut er den da einfach drauf, Fortuna einfach, einen Tick qualitativ, wahrscheinlich nicht gut genug oder nicht schnell genug vom Kopf her, dann springen wir schon in die 42. Minute, weil das Spiel war so ein bisschen, ähm, wirklich losgelöst, davon gut zu sein, was bei den Mainz-Spielen noch wirklich taktisch und spielerisch echt geil war, war da halt von beiden Seiten so ein bisschen Mangelware, ähm, du hast halt dann das, den Strafstück, das Doli Lokebakio, war halt ein bisschen Chaos nach der Ecke, Handspiel ist immer so eine schwierige Entscheidung, ähm, der Strich entscheidet halt dann drauf, dass der, ich weiß gar nicht mehr, was der Kaminski, keine Ahnung, den Bremer nicht gefault hat, also war es dann Handspiel, es gab den Elfmeter, Doli Lokebakio, knallt ihn dann kommentarlos rein. Micha, ähm, jetzt wird natürlich, jetzt wo es langsam anfängt zu funktionieren mit dem Video-Assistent, viel darüber gemeckert, wann ergreift er jetzt ein bei Handspiel und wann nicht, findest du grundsätzlich, dass du das Gefühl mit mir teilst, dass sich das verbessert hat, im Vergleich noch zu Anfang der Saison? Also bei den Fortuna-Spielen fand ich den Videobeweis eigentlich bis jetzt immer ganz super. Wie schon eigentlich häufiger von mir gesagt, ich find den Videobeweis halt gut. Deswegen, langsam kommt auch die Routine rein, dass jetzt wirklich alle wissen, okay, das muss ich mir jetzt machen, jetzt darf ich eingreifen, jetzt darf ich nicht eingreifen, das sollte jetzt geändert werden, das nicht. Und deswegen glaube ich, das wird jetzt immer besser und irgendwann freunden sich auch die knallharten Videobeweisgegner damit an. Dann haben wir noch, ähm, das 2-1 von Bremen durch Harnik, ähm, ja, Rensin kann den Schuss von Eggestein irgendwie nur klatschen lassen. Harnik ist halt dann da und macht dann halt den Nachschuss. Muss Rensin den Schuss besser klären oder ist es einfach, ähm, mangelnde Qualität? Ja, ich glaub, den kann man auf jeden Fall besser klären. Aber, ja, die Leute merken ja schon, dass ich nicht der große Rensin-Freund bin. Ich bin, ich freu mich, wenn Wolf wieder fit ist und hofft, dass Wolf dann in der Rückrunde im Tor steht. Aber... Ich glaub ja nicht, dass Wolf besser ist als Rensin. Ich glaub, die sind ungefähr gleich gut. Der Wolf hat seine Qualität ein bisschen mehr, was Fassspiel nach außen angeht. Der ist ein bisschen flexibler mit dem Rauslaufen. Da kann er vielleicht ein Mann mehr sein, den man anspielen kann. Aber so, äh, komplett würde ich die wie eine Schablone eigentlich nebeneinander stellen, sagen, okay, qualitativ. Hat der eine da einen Zack mehr, aber eigentlich sind die gleich. Ich will jetzt noch nicht so krass aus dem Rensin rumhacken, weil wir haben momentan keinen anderen. Und, ähm, mit das 3-1, da braucht man nicht drüber sprechen. Sergeant heißt er, glaub ich, der ist eingewechselt worden. Kommt nach der Flanke von Harnik, die trudelt irgendwie durch alles durch und da gibt's einen Abpraller und keine Ahnung und dann kann Sergeant den irgendwie noch reinschieben. Auf VR wurde geprüft, aber irgendwie, ja, ist da nichts passiert. Fortuna wirkte in der Phase gegen Ende hin so, ja, 78. Minute, 78. Minute, so ab der 70. kann man sagen. Wirklich, wirklich planlos, man wirkte erschöpft, man wirkte müde, der Kopf hängt schon wieder. Ähm, da fehlte es irgendwie an Körpersprache, Motivation an allem. Micha, ähm, dann kam auch irgendwie erst Rahman für Luke Bakio sehr spät. Luke Bakio hat sich auch sehr angestrengt, dieses Spiel, der kam nicht wirklich zum Zug, wirkte irgendwie überfordert. Der Tore last der letzten Spiele, die auf ihm lag. Ähm, der Elfmeter, ja, war gut geschossen, aber so wirklich aus dem Spiel heraus war's nicht. Warum kommt Dodi Luke Bakio so spät und warum hat Fortuna diese Konzentrationsschwäche Ende der zweiten Halbzeit? Ähm, ja, das verstehe ich nicht, weil allgemein, dass Fortuna mal wieder innerhalb von 10 Minuten zwei Gegentore gekassiert hat, ist halt ärgerlich und dann, was ich da wieder halt nicht verstanden hab, ist, dass man Rahman, nachdem man, man liegt 3-1 hinten und dann bringt man Rahman, und dann bringt man einen neuen Stürmer in der 87. Minute, wo ich mir denke, soll der jetzt in 3 Minuten zwei Tore schießen oder was? Anstatt, dass man direkt nach dem 3-1 sich denkt, fuck it, einfach noch einen Stürmer drauf, ob man jetzt 4-1 oder 5-1 verliert, ist doch auch scheißegal, aber dass man dann wenigstens nochmal ein paar Impulse setzt und dann vielleicht noch ein, zwei Tore macht und dann vielleicht noch einen Punkt mitnimmt. Wenn man am Ende alles nach vorne wirft, dann rutscht immer mal einer durch, so. Ja, hab ich halt nicht verstanden, weil wenn man, wenn man schon wechselt, dann doch nicht drei Minuten vor Schluss. Der beste Stürmer kann in drei Minuten keine zwei Tore schießen und dann, vor allem, wenn man dann noch Luke Bakio rausnimmt, anstatt dann noch einen defensiven, wie eben schon gesagt. Ja, fände ich halt unnötig. Ja, Luke Bakio wirkte halt ziemlich erschöpft und ziemlich platt. Die drei Minuten hätte er auch noch hingekriegt. Genau, aber das ist halt dann die Frage, was sonst zum Fail eigentlich dieser Woche oder zum ausgewechselt, nennen wir diese Rubrik ab jetzt gehört, ist Friedhelm Funkel und irgendwie so ein bisschen sein Drang dazu, für unsere Meinung zumindest nicht konsequent, nicht gut genug zu wechseln. Ich denke, du hast das da. eben schon ziemlich gut beschrieben, dass er recht spät wechselt oder halt dann die Taktik nicht komplett ändert, sondern im taktischen Schema bleibt. Wir haben da letzte Saison schon massiv drüber diskutiert, ob Friedhelm Funkel es einfach nicht kann, die Mannschaft im Spiel taktisch nochmal, sagen wir, in Option C zu drehen. Aber dass er dieses System, sagen wir System A, System B, System C hat, wo es diese Wechsel gibt, offensiv wie defensiv, und er im Spiel sagt, wir drehen uns jetzt von A auf System C, weil der Gegner sich auch umgestellt hat und wir jetzt nach einem 2-1-Rückstand jetzt plötzlich offensiver agieren müssen. Das gibt es halt irgendwie bei ihm nicht. Liegt es an ihm? Brauchen wir neuen Trainer? Liegt es am Trainer? Liegt es nicht am Trainer? Schreibt uns das gerne in die Kommentare bei YouTube. Schreibt uns gerne einen 3-Sekunden-Voice darüber an Projekt-Megafon-Podcast at gmail.com oder natürlich gerne auch in unserer Megafon95-Gruppe oder über den Twitter. Würde es auf jeden Fall sehr freuen mit euch da in der nächsten Woche oder bei der nächsten Folge darüber zu diskutieren. Weil was ich glaube, Funkel kann halt nicht das System Brechstange. Das ist, glaube ich, das, was mich bei Funkel nervt. Er kann halt nicht so, also dass man dann irgendwie sagt, man packt Bormut und Kaminski, sag ich mal, egal, vorne in den Sturm, das sind wie lange Bälle, dann sollen hinten einfach Gießelmann und Zimmer absichern, ob man, weil ob man dann jetzt noch ein Gegentor kassiert oder nicht und dann bringt man noch einen zweiten oder dritten Stürmer und halt so dieses lange Bälle nach vorne und einfach drauf mit Chaos. Das kann Funkel, Funkel kann halt nicht diese, oder er will die Mannschaft nicht so aufstellen, dass man einfach mal mit langen Bällen nach vorne spielt, dass da einer mal durchrutscht oder so. Dann wird mal ein Bozek rausgenommen und für Bozek kommt dann noch ein zweiter Stürmer, aber dann spielen die trotzdem in ihrem fucking Vierer, Fünferkette Dings, anstatt dann einfach mal die langen Recken aus der Innenverteidigung nach vorne zu stellen und ja, dann läuft man halt notfalls im Konter, aber man hat wenigstens vorne mal Druck und man muss ja nicht zur 70. Minute dann All-In gehen, aber irgendwie die letzten 5 Minuten dann einfach mal alles Power nach vorne, weil dann ist ja eh egal, aber das macht Funkel halt nicht und irgendwie nervt mich das, dass man dann halt nicht die Brechstange rausholt, sondern dann denkt ja nee, wir spielen das souverän zu Ende und wenn es klappt, dann klappt, wenn nicht, dann nicht oder schade, hat nicht geklappt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir die nächsten Spiele an, mit Freiburg, Dortmund, Hannover, ich denke mal zu Hause gegen Freiburg, da ist auf jeden Fall was drin, wenn man richtig spielt, weil Christian Streich ist ein Hammertrainer, auch wenn er oftmals an der Seitenlinie so ein bisschen ausrastet, der hat sich mittlerweile auch mehr im Griff als noch früher und seine Interviews sind auch nicht mehr ganz so krass wie in seiner Anfangszeit, der ist so ein bisschen Corporate geworden, möchte man gar nicht sagen, aber wir haben das ja auch jetzt wieder gesehen nach deren Sieg, Freiburg ist sehr gefährlich. Ja, das sind die auf jeden Fall und ja, aber man muss, Fortuna muss mindestens sechs Punkte aus den letzten drei Spielen holen und da ich glaube, gegen Dortmund wird es nichts, muss man gegen Freiburg und Hannover gewinnen, um dann irgendwie, gegen Hannover muss man hundertprozentig gewinnen, weil wenn man gegen Hannover verliert, dann ist glaube ich alles verloren, sage ich mal, da muss man wirklich eine überragende Rückrunde spielen und ja, Freiburg, wenn es gegen Freiburg, wenn es gut läuft, ist auf jeden Fall was drin, okay, wenn es sehr, sehr gut läuft, ist vielleicht sogar was gegen Dortmund drin, hat man ja gegen Bayern auch gesehen, wenn dann auf einmal jeder Schuss drin ist und die Gegner dann das leere Tor nicht treffen, aber trotzdem, sechs Punkte sind auf jeden Fall eigentlich möglich in den drei Spielen, aber eigentlich auch Pflicht, ja, wenn man da jetzt null Punkte aus den letzten drei Spielen holt, dann wird es eine ganz, ganz schwere Rückrunde. Also man hat es auf jeden Fall selbst in der Hand, Freiburg ist jetzt schlagbar, aber trotz des 3-0-Sieges, die kann man besiegen, Hannover muss man besiegen und Dortmund denke ich, wenn man da versucht, geil zu spielen, wie gegen die Bayern, die versucht zu ärgern, dann kann da was bei rauskommen, denn Dortmund, die spielt momentan sehr geil offensiv, Mittelfeld auch, aber in der Verteidigung sind die angreifbar, also da sind die jetzt nicht wirkliches Nonplusultra, die haben da auch Schwierigkeiten in der Rückwärtsbewegung, was Tempo angeht, die haben da auf jeden Fall Schwierigkeiten, was Pressingresistenz angeht, da ist auf jeden Fall einiges drin. Wenn ich mir was wünschen könnte für das Spiel gegen Freiburg erstmal, sag ich mal, als Prototyp, wenn dann Eihand zurückkommt, ich würde Eihand unheimlich gerne mal auf der Bozek-Position sehen, also als Sechser, der dann zwischen dessen sieben Mittelfeld und Innenverteidigung pendelt und dann das Aufbauspiel macht und sich auch mal nach vorne einschreitet, weil ich glaube, Eihand könnte auch gut einen tödlichen Pass in die Spitze auf Luke Backe spielen, aber in der Innenverteidigung ist er meiner Meinung nach zu weit weg davon, also deswegen... Die Qualität hat er. Ja, und ich will unbedingt, dass Eihand mal im defensiven Mittelfeld spielt und ich sag mal so, wenn Hoffmann zurück ist, dann können Hoffmann und Kaminski schön Innenverteidigung spielen, dann Eihand davor und wenn dann Sobotka noch zurückkommt, dann hat man ein schönes Mittelfeld mit Fink, Sobotka, Eihand und ja, ich glaube, das könnte was werden, wenn dann, wie gesagt, wenn dann Eihand, Sobotka und Hoffmann wieder fit sind, dann macht mir das auf jeden Fall Hoffnung und ob der Funkel dann, sag ich mal, mutig genug ist, einfach mal Eihand ins defensiven Mittelfeld zu packen, das glaube ich nicht, aber ich würde es halt sehr, sehr gerne mal sehen, wie er sich da machen würde. Jetzt, wir haben eben Oliver Fink schon so ein bisschen gelobt. Jetzt hat er seine Bilanz die letzten vier Spiele vier Punkte geholt aus vier Spielen ist schon mal eine gute Bilanz. Fortuna wirkt aber im Mittelfeld auf jeden Fall wieder sortierter. Ist er so wichtig, wie wir ihn jetzt wahrgenommen haben oder ist es einfach nur, ja, von Dunedt hat er auch so und so gespielt ohne Fink? Ich glaube, Fink ist wirklich ein Führungsspieler, der auch ein bisschen Routine auch in die Mannschaft bringt und der dann auch Anweisungen gibt oder so. Auf jeden Fall, das war ja auch letzte Saison so, wenn Fink da war, dann war die Mannschaft irgendwie konzentrierter und irgendwie hat die dann souveräner gespielt. Ich kann mir zwar nicht verstehen, warum, weil natürlich Fink ist ein überragender Spieler, aber warum das dann jetzt an einem Spieler so liegt, dass dann auf einmal alle konzentriert sind und dass man dann nicht ganz so die krassen Böcke schießt. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, dass Fink wieder fit ist und eigentlich macht die personelle Lage Hoffnung für die Rückrunde, aber dafür muss man ja in die Hinrunde noch ein paar Punkte holen. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Gerüchte über den Rechtsverteidiger beziehungsweise Linksverteidiger, den man noch holen möchte, weil man nicht weiß, wie lange Contento ausfällt. Jetzt ist natürlich die Frage, man sagt, man hat eine signifikante Summe für Verstärkungen im Winter. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Also Funkel hat zwar gesagt, er hätte gerne einen Spieler wie Modest, also von der Preiskategorie her, aber selbst wenn du ihn ablösefrei kriegen würdest, könntest du sein Gehalt nicht bezahlen. Aber das widerspricht sich mit der Aussage des Forscherndes, die sagen, wir haben genug Geld übrig, um jetzt aktiv zu werden, den Kader punktuell zu verstärken. Ja, ich denke mal, dass mit einer signifikanten Summe meint Fortuna halt, dass man schon auch, glaube ich, nochmal eine Ablösesumme zahlen könnte. Also ich glaube, man könnte sich nochmal einen Transfer leisten wie Duxch von der Preisklasse her, was ja für Fortuna schon eigentlich, ja, das ist der Rekordtransfer ist halt Duxch. Und ich glaube, in der Kategorie könnte man sich noch einen Spieler leisten, aber ob das dann Bundesliga-Niveau ist, ist ja wieder ein anderes, steht ja wieder auf einem anderen Blatt. Ja, vielleicht kommen wir gleich noch drauf, dass man Mannschaften an Morales noch interessiert sind, für den könnte man vielleicht eine Million noch kriegen. Dann haben wir vorhin noch erwähnt, Fortuna hat einen Gewinn von 1,6 Millionen erwirtschaftet, wenn man dafür dann noch Morales für eine Million, dann hätte man ja theoretisch 2,6 Millionen für einen Spieler noch. Aber ob man dann jetzt, sag ich mal, alles auf die Kacke haut, oder ob man dann lieber, sag ich mal, irgendeinen Spieler von Bayern, Dortmund, und Schalke, der irgendwie auf der Bank sitzt, nochmal ausleiht, um den dann spielen zu lassen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass Fortuna im Winter sich noch einen Spielmacher verpflichtet, weil ja Stöger und Barcock sind, glaube ich, nicht so eingeschlagen, wie sich das Fortuna erhofft hatte. Also, Armin Barcock, da können wir wirklich drüber sagen, weil der war leider sehr verletzt, der setzt leider seine verletzten Misere des letzten Jahres fort. Stöger scheint so ein bisschen die Kante zu fehlen, die er in der zweiten Liga hatte. Vielleicht liegt es daran, dass es momentan für die erste Liga nicht reicht oder nie reichen wird. Das wird sich dann zeigen. Kommen wir jetzt mal zu dem, du hast gesagt, kreativen Mittelfeldspiel. Ich weiß, dass bei Fortuna über zwei, drei Spieler nachgedacht wird, die momentan aus Japan, Brasilien oder aus den USA kommen, weil deren Song ist im Winter vorbei und da laufen dann auch einige Verträge jetzt im Winter aus. Zum Beispiel Kiyotake ist eine Nummer, der war bei Hannover, der war bei Nürnberg, glaube ich, auch. Der wäre ablösefrei auch, den müsste man über das Gehalt stemmen. Der hätte so eine Qualität in der Bundesliga zu spielen, der hat auch in Spanien auch eine Zeit lang gespielt. Macht es denn überhaupt Sinn, einen Spieler, der jetzt eine komplette Saison hinter sich hat, passen wir das mal zusammen, USA, Brasilien, ja, wollen spielen immer von Jahresanfang bis Jahresende. Macht es Sinn, so einen zu holen, der schon eine komplette Saison in den Knochen hat? Kann der dir überhaupt, was Fitness, was Frühstück angeht, dir ein halbes Jahr das bringen, was du brauchst? Ich sag mal so, das Risiko müsste man eingehen als Fortuna. Man hat ja eigentlich keine andere Wahl und ich glaube, dass so ein Spieler Fortuna schon weiterhelfen könnte, weil ich glaube halt auch, dass ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein Spielmacher nochmal wichtiger wäre als ein Stürmer, weil man hat ja eigentlich mit Duxch und Hennings Spieler, die Tore schießen können, aber irgendwie Duxch wird halt nicht so bedient, wie er es braucht und wenn man dann, sag ich mal, einen Spielmacher hätte oder einen Eihann, der vorzieht ins defensive Mittelfeld, der da ihn dann irgendwie geil füttern könnte, das könnte was bringen und ich glaube auch, dass Duxch in der Rückrunde nochmal aufdrehen wird und auf jeden Fall ein paar Tore schießen wird. Kommen wir nochmal kurz zu Morales und warum die Gerüchte auftauchen. Morales, der hat einen US-amerikanischen Pass, das ist in dem Fall sehr entscheidend und das ist halt eigentlich das Wichtigste für die MLS, weil so haben die keine Greencard-Probleme und halt keine, wenn wir uns erklären, die MLS braucht amerikanische Spieler, weil das so in ihren Statuten ist, weil das ist leichter, ein Spieler mit einem amerikanischen Pass zu verpflichten, deswegen macht das Sinn für die, einen Spieler, der Bundesliga-Qualität hat, der nur eine Million Ablöse kostet, weil die MLS, die können da ein bisschen mehr investieren, als wir. Jetzt ist die Frage, er hat bei uns sowieso scheinbar jetzt nicht mehr den Fuß gefunden in der zweiten Hälfte der Hinrunde, warum ihn da nicht abgeben, wenn man dann vielleicht einen anderen Spieler bekommt, der potenziell vielleicht sogar besser ist? Ja, ich fände es auf jeden Fall richtig, wenn man für den, ja, wenn man für Morales eine Million kriegt oder wenn es, sagen wir mal so, wenn es 750.000 sind, würde ich den auf jeden Fall abgeben. Das ist zwar ein guter Spieler, aber ich habe trotzdem das Gefühl, er ist jetzt kein Keyplayer von Fortuna Düsseldorf und, ja, wenn Fink und Sobotka fit sind, dann ist er ja im Prinzip, glaube ich, eh nur dritte Wahl, weil Bozek dann auch noch spielt und deswegen kann man den, glaube ich, ganz gut abgeben und dann, ja, wie du schon sagst, ist vielleicht noch so einen auf dem Level Neuhaus holen, der dann einen noch weiterbringt. Da sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt, das war jetzt eine ziemlich lange Folge diesmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, ihr gebt uns auch weiter eure Meinung und Feedback, dass wie gesagt gerne unsere Mega95 Facebook-Gruppe bei YouTube in die Kommentare. Wiese und weitere Links findet ihr in der Beschreibung. Wie gesagt, Fünfstellerektionen auf iTunes helfen uns sehr. Ich bedanke mich schon mal für euch, dass ihr die dagelassen habt. Link dafür findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue euch darauf, dass ihr nächstes Mal wieder zuhört. Ich bin der Mo, der Wampendribbler. Bei meiner Seite natürlich der Michael, der Schönes G8. Wir sagen danke. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Und macht uns keine Schande. Ich bin der Wampendribbler. 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 Vielen Dank.